Hallo und spieletastische Grüße. Heute gibt es eine spezielle Folge von spieletastisch on tour. Ich bin gerade in Seoul, Südkorea und ich nehme euch heute mit für einen besonderen Ausflug. Mal schauen, wo es hingeht. Das war mal unser Bus. Tschüss. Nein, wir sind noch nicht da, aber erst mal Frühstück. Also wir haben jetzt gerade einen total unnützen Umweg gemacht. Völlig irrelevant für euch, aber jetzt sind wir in Gangnam, in der Gegend. Wahrscheinlich oder vielleicht kennen ein paar Leute von euch den Song Gangnam Style. Inspired ist dieser Gegend. Und jetzt treffen wir uns noch mit einer anderen Freundin und dann seht ihr endlich, wo wir eigentlich hinwollten. Bis gleich. In Korea ist keine Kultur, dass man sich zu Hause zum Spielen trifft und deswegen gibt es hier Boardgame Cafés. Ta-da-da-da, wir hier. Und ich wollte mal schauen, was da so gibt oder wie das so abläuft. Und dann dachte ich, ich kann euch das mal zeigen, was für ein Boardgame Café macht. Also, das heißt, es ist 3.000 pro Person? Ja, pro Person und pro Stunde. Also, pro Person pro Stunde 3.000 Euro sind ungefähr 2,50 Euro. Ich glaube, du glaubst, ja. Dein Deutsch ist immer noch gut. Und man kann von 13 Uhr bis 1 Uhr morgens, von Montag bis, äh, what is that? Bis Mittwoch? Mittwoch. Ja. Warum hast du mich gefragt? Ja, weil ich habe zu denken. Ich dachte, welcher ist das? Freitags bis 2 Uhr morgens. Okay. Ich bin gespannt. Scheinbar gibt es da drin auch Essen, Chicken. Und Doppoké. Doppoké. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, was für Spiele es dort gibt. Und Waffles, too. Oh, Koffee? Natürlich. Also, ich bin gespannt. Wir müssen immer noch warten. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, Zweiter. Ja. In drei. In drei. Are we second in line? Now? Let's see. I... Actually, Urnium number one. Okay. Also, müssen wir noch... Ah. So, müssen wir noch eine Gruppe abwarten und dann geht's los. Yeah. What do you want to play? Play? Yeah. Oh, there are too many... I thought it was you. There are too many, I can't choose yet. Okay. Schauen wir mal. Maybe something related to Mystery. Okay. Like solving Mystery. Ich bin gespannt, ob es ganz andere Spiele sind, die es hier gibt oder Sachen, die ich kenne. Schauen wir. Hier. U. U. Wongro. Okay, also den Titel, den Titel hier wurde, den haben sie übersetzt. Oh no. Hier. Sexnimmt. Der koreanische Name von Sexnimmt. Katan. Ticket to Ride. Also, ihr seht schon eine ganze Menge Spiele, die es auch in Deutschland gibt. Und jetzt schauen wir mal, was wir spielen wollen. Okay, in typisch koreanischer Manier. Wenn wir hier so ein kleines Räumchen bekommen. Wie süß ist das denn? Und jetzt müssen wir erstmal unsere Schuhe ausziehen. It's outside somewhere. I saw it on the counter. I think it will be outside. So, was machen wir? What do we do? We have to order. Do you want to order drinks and food? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Also, hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein Tablet, bei dem man Getränke bestellen kann und Essen bestellen kann. Wir bestellen jetzt erstmal Essen und schauen mal, was dann passiert. Los geht's. Los geht's. Also, man kann jetzt hier ein Spiel aussuchen und dann erklären sie dir die Regeln. Jenny will ein Mystery-Spiel spielen. Also, ihr könnt auf jeden Fall in diesen, äh, Borddem-Cafés euch die Spiele erklären lassen. Ihr könnt natürlich auch einfach ein Spiel wählen, das ihr schon kennt, das auch nicht besonders viele Sprache hat und nicht viel Zeug. Wir schauen mal. Okay, wir haben jetzt ein Spiel rausgesucht. Wir suchen, äh, wo ist es? You find it? No. Ah. Also, die Sachen sind sortiert nach Regal und man kann es auf dem Tablet anschauen. The Game, The Mind. Ich glaube, wir wollen nachher noch, wo ist das? Wir wollen nachher noch eine Runde, äh, Adventure Games spielen. Vielleicht spielen wir auch noch eine Runde The Mind. Es muss natürlich was sprachneutrales sein, weil ich, äh, mein Koreanisch ist nicht ganz so perfekt. Und die anderen sammeln gerade das Essen ein. Das Essen ist da! I'm so hungry, no. Okay, wir spielen, what is it called? What is the game's name? Going-Going. Okay, und es ist eigentlich ein Teamspiel, zwei Teamspielen gegeneinander. Aber es gibt auch eine, äh, Drei-Spieler-Variante. Ich weiß noch nicht genau, was da unterschiedlich ist. Allerdings, good job, Sahar. Ähm, wir haben hier drüben Karten, die zeigen irgendeine Reihenfolge von, äh, Farben an. Und, ähm, wir versuchen, ja, she has to shuffle, but also I don't remember. In any case. So, also, ich muss hier irgendwelche Karten anwählen. Und wenn ich die vertauschen soll, dann sagt sie mir ing-ing-ing. In three times? Two or three times, yeah. If I have to... Okay, also, wenn ich sie vertauschen muss, sagt sie mir das Ganze dreimal. Wenn ich nur meine Hände bewegen soll, dann sagt sie mir das zweimal. Und wenn ich's korrekt hab, dann, äh... Und sie versucht mir das, äh, so viele Karten wie möglich in anderthalb Minuten oder sowas, zu erklären. Sie, 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 jat! Ähm, ähm... Ing-ing-ing! Und dann? Du hin und puttest du deine Hände. Ähm... Ähm, 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 ähm... Ähm, 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 ähm... you're not allowed to tell me any other words ying 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 next okay okay next next ying 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 Okay, also das erste Spiel haben wir hinter uns gebracht. Es war nur ein kleines Warm-up. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil alles auf Englisch ist, aber man kann hier in dem Tablet oben auswählen, wie viele Personen. Dann gibt es hier verschiedene Themenbereiche. Wir haben uns jetzt für Mystery entschieden und holen uns jetzt das Unlock-Spiel hier. Und wenn man draufklickt, sagt es dir, wo man das Spiel finden kann. Ja, schauen wir mal, wie... Oh, ist das klein in hier? Cute. Okay, wir sind vor den Dinosauriern entkommen. Nein, nicht wirklich. Wir haben versucht, alle zu finden. Es sind fast alle gestorben. Wir haben nur zwei gerettet. Sahar, fühlst du dich erfolgreich? Ja, sehr gut. Ja, es war ein bisschen witzig, weil wir haben hier halb koreanisch, halb englisch, halb irgendwas gearbeitet. Und wir haben nur zwei Sterne und waren Loser. Loser! Okay, ähm, maybe, vielleicht spielen wir noch irgendwas Kurzes und dann mal schauen. Yes. Okay, wir sind fertig. Wir haben unsere Spiele wieder abgegeben. Unser Essen abgegeben. Also, jetzt haben wir ungefähr fünf Stunden mit drei Personen gespielt. 45.000. Also ungefähr 40 Euro. Fünf, fünf Stunden, drei Personen. War auf jeden Fall, finde ich, okay. Ich meine, man muss die Spiele nicht kaufen, man hat einen Ort zum Spielen, kann Essen und Trinken bestellen bis zum Abwinken. War alles ja lecker. Typische koreanische Bestrafungsmaßnahmen. We should come here again. We should come. Definitely come again. Also, wenn ihr mal in Korea seid, vielleicht ist das genau euer Ort. Probiert's mal aus. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war's. Tschüss.